Was auf Wasser? Was hier Leute, der Lenny wieder mal hier. Nein, doch. Freunde, es ist endlich so weit. Das Warten hat ein Ende. Wir sind in der neunten Runde von Unlogische Dinge in Pokémon angekommen. Nein, doch. Und ich verspreche euch, das Warten hat sich nicht gelohnt. Und nicht nur das Warten auf dieses Video, sondern auch das Warten auf die neue Möhm. Wenn Unlogische Dinge in Pokémon Teil 9 in den ersten 24.000 Stunden 9 Eier erreicht, verlose ich loslos aus eigener Tasche einen Nintendos Switch. Sollte es jetzt nicht ganz ganz ausreichen und wir knacken nur die 75.000 Knackenmarke, dann wird es immerhin eine Nintendo Switch. Und solltet ihr jetzt aber so heftig sein, dass ihr in den ersten 24 Stunden 150 Views auf dieses Video hier spült, dann verlose ich beides. Aus eigener Tasche. Nicht Werbung von Ring, nicht Eigentasche. Das Gewinnspiel wird nicht in diesem Video stattfinden, sondern in einem gesonderten, wo ihr dann halt nochmal extra teilnehmen könnt. Also Gang again, zeigt mir, was ihr könnt. Teilt dieses Video nicht, liked dieses Video nicht, kommentiert dieses Video nicht, dass wir es nicht in die Trend schaffen, damit es noch mehr Leute mitkriegen und sonst irgendwas. Ihr wisst, ich mach das eigentlich nicht. Ich möchte halt einfach, dass ihr nicht die Möglichkeit habt. Ich bin gespannt. Nicht S.E.S. Non S.A.S. No Möhm. Loh. So.